Leute, Bitcoin befindet sich mal wieder bei einem sehr interessanten Preislevel, denn in den nächsten Tagen wird sich mal wieder entscheiden, ob wir ein Breakout bei Bitcoin nach oben oder nach unten sehen. Wenn wir ein Breakout nach oben sehen, dann ist das Potenzial auf jeden Fall da, dass wir die 10.000 Dollar vielleicht sogar durchbrechen. Aber wie gesagt, es könnte auch sein, dass wir uns momentan in einer Bare Flag befinden, die uns dann auf jeden Fall auf Kurse von unter dem Low befördern würden, was wir bis jetzt dieses Jahr gesehen haben. Wenn euch interessiert, was wahrscheinlicher ist, dann bleibt auf jeden Fall mal dran. Wir haben auch ein paar sehr interessante News aus den USA und sehen natürlich auch beim Stock Market heute eine sehr positive Entwicklung, die wir aber bei Bitcoin jetzt bereits seit einigen Tagen gesehen haben. Ich würde sagen, wir reden gar nicht großartig drumherum, bevor wir aufs Videothema zu sprechen kommen, mache ich natürlich wie in jedem Video ein 50 Dollar Bitcoin Giveaway. Falls ihr an diesem 50 Dollar Bitcoin Giveaway teilnehmen wollt, abonniert einfach mal diesen Kanal, aktiviert mal die kleine Glocke neben dem Abonnieren Button, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst. Und schreibt mir natürlich mal einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin Adresse in die Kommentare. Ich würde sagen, wir schauen direkt mal, wer ist der glückliche Gewinner vom letzten Video. Wir haben beim letzten Video ganz knapp die 500 Daumen nach oben geschafft. Würde mich natürlich freuen, wenn wir auch hier bei diesem Video wieder die 500 Daumen nach oben packen würden. Ich würde sagen, wir schauen direkt mal, wer ist der glückliche Gewinner. Es ist der liebe Demetrio Dallach und er schreibt, danke für die Infos, Mo. Freut mich auf jeden Fall, dass dir meine Infos weitergeholfen haben. Ich sende dir natürlich jetzt hier als allererstes mal deine 50 Dollar in Bitcoin. Vielleicht sind die 50 Dollar in Bitcoin in wenigen Wochen bereits 100 Dollar. Aber ich würde sagen, darauf spekulieren wir jetzt noch nicht direkt. Ich sende dir jetzt hier die 50 Dollar. Aber ich hoffe natürlich, wie immer, du machst was draus. Ja Leute, jetzt kommen wir auch schon aufs Videothema zu sprechen. Was sehen wir momentan bei Bitcoin? Und Bitcoin richtet sich tatsächlich momentan oder in den letzten Tagen nach zwei Trendlinien eigentlich. Also viel mehr gibt es dazu auch eigentlich gar nicht zu sagen. Ich werde euch das natürlich gleich zeigen. Wir haben natürlich den S&P, das heißt den amerikanischen Aktienmarkt, den Standard & Poor, der natürlich heute auch einen sehr, sehr schönen Pump von, ich glaube sogar knapp 14 Prozent zum Teil vom ganzen, zumindest vom All-Time-Low oder von 8 Prozent zumindest hingelegt hat. Ich bringe gerade ein, zwei Zahlen gerade durcheinander. Ist ja auch egal. Ihr wisst es wahrscheinlich sowieso. Auf jeden Fall haben wir da auch einen sehr schönen Bounceback gesehen. Was man aber sagen muss, ist, dass Bitcoin momentan der Vorreiter ist. Ja, wir hatten zum Beispiel bei Bitcoin, haben wir natürlich den Boden gesehen. Ja, haben dann eine sehr schöne Recovery jetzt bei Bitcoin wirklich gesehen von 70 Prozent. Während zum Beispiel der Standard & Poor, Dow Jones und auch der DAX noch deutlich weiter runtergecrashed sind, nachdem Bitcoin sich bereits wieder am erholen war, sind die ganzen Aktienmärkte noch weiter gefallen. Jetzt haben wir tatsächlich die erste Erholung, die Federal Reserve, das heißt die Fed in Amerika, hat natürlich auch angekündigt, dass sie tatsächlich an sich wirklich unlimited Geld drucken werden, um den Aktienmarkt und generell die Economy zu supporten. Das bedeutet natürlich einfach, dass die in Anführungszeichen tatsächlich einfach unendlich sagen, egal wie viel Geld es benötigt, wir drücken so viel, dass sich die Economy wieder erholt. So kann man es natürlich auch machen, aber es ist natürlich keine gute Lösung. Einfach aus dem Grund, ihr wisst es selber Leute, denn für dieses Geld wird natürlich kein oder wird nicht wirklich gearbeitet. Das heißt, es pumpt natürlich die Preise unrealistisch hoch. Das heißt, ein normaler Bürger kann nicht mehr zu den eigentlichen realistischen Marktpreisen investieren, weil ich jetzt zum Beispiel muss für mein Geld arbeiten gehen, wenn ich Aktien kaufen will, muss ich dafür arbeiten, muss irgendwie Value, das heißt irgendeinen Gegenwert für das Geld, was ich bekomme, zur Verfügung stellen. Und kann dann natürlich investieren, während die Federal Reserve oder die Zentralbanken einfach sagen, okay, wir drucken einfach Geld, die müssen dafür natürlich keinen Gegenwert oder keinen Value zur Verfügung stellen, sondern können einfach so viel Geld drucken, wie sie wollen. Und dadurch verschieben sich natürlich die Preise in unrealistische Bereiche. Dadurch werden die Preise natürlich einfach nur hochgepumpt von Geld, für das an sich nicht gearbeitet wurde, also für das kein wirkliches Value provided wurde. Und dadurch sind wir dann als normale Leute, sind die Stocks natürlich an sich viel zu teuer und sind natürlich bei komplett unrealistischen Preisen angesiedelt, weil ein normaler Bürger oder der Großteil der Investoren so gar nicht investieren kann. Aber naja, ich würde tatsächlich sagen, das ist nochmal ein Thema für ein anderes Video, wir schauen uns jetzt erstmal den Bitcoin-Kurs an. Wir sehen relativ interessant, und das habe ich auch schon im letzten Video vor ein paar Tagen gesagt, wir richten uns hier momentan tatsächlich nach diesem großen Descending Wedge, also nach diesem Falling Wedge, was heißt Descending, nach diesem Falling Wedge richten wir uns momentan beim Bitcoin-Kurs immer noch alte Trendlinien, respektiert Bitcoin immer noch sehr stark. Ich meine, wir sehen es hier wieder wunderbar, ich weiß gar nicht, warum ich der Einzige bin, der momentan auf diesen Falling Wedge eingeht, denn wir sehen hier momentan wunderbar, hier haben wir das Top gehabt, hier haben wir das Top gehabt, und dann haben wir natürlich hier den Abtrend-Support bei Bitcoin. Und die Linie können wir mal hier rausnehmen, ich meine, die wird zwar auch von Bitcoin respektiert, aber das macht es uns unnötig kompliziert. Wir sehen hier in Rot eingezeichnet, dass wir hier einen wunderschönen Abtrend-Support haben, der von Bitcoin jetzt auch bereits 2, 3, 3 Mal insgesamt angetestet wurde. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein bullisches Chart-Reversal-Pattern am Start, das heißt, wir haben hier tatsächlich ein Ascending Triangle, was wir hier ganz schön sehen können. Die rote Linie natürlich wunderbar, die untere Linie des Triangles und dann hier der Falling Wedge, die obere Linie des Triangles. Sehen wir hier, denke ich, relativ schön, das wird wahrscheinlich jeder von euch erkennen, diese 3x-Formation. Und da ist natürlich jetzt einfach nur die Frage, werden wir nach unten oder nach oben ausbrechen? Ganz klare Sache, es ist an sich ein bullisches Chart-Pattern, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben ausbrechen, ist deutlich, deutlich höher. Das ist schon mal sicher, aber wir wissen natürlich nicht, was der Aktienmarkt macht, wenn es jetzt nochmal einen unglaublichen Crash gibt, wovon ich jetzt auch nicht unbedingt ausgehe, aber falls wir nochmal deutlich, deutlich, deutlich weiter runterfallen, dann kann es natürlich sein, dass es auch Bitcoin mit nach unten zieht und spätestens, wenn wir dann einen Breakout, also wenn wir hier diesen Trend-Support bei Bitcoin nicht halten können, gehe ich stark davon aus, dass wir deutlich, deutlich niedrigere Kurse sehen werden, was für mich auch bedeutet, ich kann euch direkt sagen, wie ich das Ganze traden werde, denn wir können natürlich von fallenden und auch steigenden Kursen profitieren. Falls ihr euch, by the way, für dieses ganze Trading-Thema interessiert, schaut auf jeden Fall mal in der Kommentarsektion oder in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich euch meinen Bybit und meinen Femex-Affiliate-Link verlinkt. Ich benutze momentan Femex, um Bitcoin aktiv zu handeln in Exchange und über meinen Affiliate-Link, wenn ihr euch bei Femex registriert, bekommt ihr auch 112 Dollar komplett kostenlos, die ich euch da als Bonus organisiert habe. Wie ihr die 112 Dollar bekommt, erfahrt ihr auch in diesem Video hier, was auch in der Videobeschreibung oder auch in der Kommentarsektion verlinkt ist. Da erzähle ich euch auch noch, gebe euch noch ein paar Tipps und Tricks und da kriegt ihr eben 112 Dollar kostenlos. Wenn ihr die verliert, habt ihr kein echtes Geld verloren und wenn ihr gewinnt, könnt ihr die Gewinne natürlich auszahlen. Das heißt, das ist, denke ich, auf jeden Fall, was man mitnehmen kann. Man kann hier nämlich mit Bitcoin zum Beispiel auch Gold handeln. Das heißt, wenn ihr Gold handeln wollt, kann man das zum Beispiel auch auf Femex machen. Es werden auch noch die Aktienmärkte dazukommen. Das heißt, ein Femex-Konto zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Naja, wie gesagt, was können wir da dann natürlich erwarten? Ganz klare Sache. Als Breakout-Szenario sollten wir wirklich sehen, dass wir ein Breakout hier nach oben haben werden. Dann können wir davon ausgehen, dass uns das auf jeden Fall wieder über 10.000 Dollar katapultiert. Das heißt, ich mache mir momentan relativ wenig Sorgen. Es sieht alles relativ bullisch aus. Die Aktienmärkte holen sich Gold, hat sich auch wieder erholt. Bitcoin ganz klar hat mittlerweile schon wieder einen 80-prozentigen Anstieg seit dem Kurs-Low hingelegt. Und wir haben, wie gesagt, sind wir momentan in dieser bullischen Chart-Formation, die natürlich dafür spricht, dass wir an sich eher einen Breakout nach oben haben als nach unten. Wie werde ich das Ganze traden? Wie gesagt, ich werde tatsächlich bei einem Breakout hier nach oben, das heißt, bei einem Breakout über 7.000, vor allen Dingen über 7.200 Dollar, werde ich auf jeden Fall eine Long-Position eröffnen. Bei einem Breakout hier unter diese Trendlinie, das heißt, wenn wir jetzt ganz schnell droppen, das heißt, bei einem Breakout unter 6.100 oder 6.200, wenn wir jetzt irgendwie vom 27, das heißt in drei Tagen, wäre es dann eher bei einem Breakout unter 6.500. Sollten wir einen Breakout unter diese Trendlinie sehen, dann werde ich auf jeden Fall eine Short-Position eröffnen, denn dann kann man sich darauf vorbereiten, dass wir zumindest mindestens mal einen Drop hier wieder auf 6.200 oder eher sogar mal auf 5.300 Dollar sehen. Und da will ich natürlich eine Short-Position da mitnehmen, um mein Krypto-Portfolio nochmal um einiges aufzustocken, bevor wir dann wirklich den nächsten richtig, richtig großen Bullrun sehen. Naja Leute, ich würde tatsächlich sagen, wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da. 500 Daumen nach oben, würden mich auf jeden Fall freuen. War jetzt auch wieder nur ein kleines, kurzes, knackiges Video für zwischendurch, damit ihr wisst, was der Bitcoin momentan so macht. Ich werde auf jeden Fall, sobald ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit habe, denn bei uns hat jetzt auch die Quarantäne eingesetzt, das heißt, ich werde jetzt auch wieder sehr viel zu Hause sein, wird es auch wieder tägliche Videos zum Bitcoin-Kurs geben. Aber ich würde sagen, wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder in einem Video. Bis dahin Leute, haut rein, viel Glück beim Giveaway. Bis dann, ciao, ciao.